Wotan Wilke-Möhring setzt sich für medizinisches Cannabis ein. Bei der Golden Leaf Gala in Köln überraschte der 57-jährige Tatortstar mit klaren Worten. Gemeinsam mit Patienten, Ärzten und Apothekern plädierte er für ein Umdenken beim Umgang mit der Pflanze. Medizinisches Cannabis ist nicht das Zeug, das hinterm Bahnhof verkauft wird, betonte er laut Bild. Er kritisiert, dass die positiven Wirkungen von Cannabis in der Gesellschaft nicht angekommen sind. Wir kennen die Nebenwirkungen von vielen Medikamenten, die wir immer nehmen, von Cannabis aber nur die Nebenwirkungen. Das ist ungerecht. Die Veranstaltung diente dazu, Vorurteile gegen medizinisches Cannabis abzubauen. Vor allem schwerkranke Patienten könnten von der heilenden Wirkung profitieren. Wotan gibt offen zu, dass er selbst Erfahrungen mit Cannabis gemacht hat. Auf die Frage, ob er schon mal gekifft habe, antwortete er selbstbewusst mit Ja. Die Teillegalisierung begrüßt er. Das entlastet die Gerichte und Polizei. Als dreifacher Vater zeigt der Schauspieler einen lockeren Erziehungsstil. Seinen Kindern würde er das Rauchen von Cannabis nicht verbieten. Wenn meine Kinder kiffen, möchte ich das gern wissen. Und dann können sie mich auch anrufen zum Abholen. Fertig aus. Diese Offenheit zeigt, dass er seinen Kindern eigene Erfahrungen ermöglichen möchte. Im Gespräch mit RTL betonte er kürzlich, dass er kein Helikoptervater sei. Wotan Wilke Möhring steht für einen bewussten und offenen Umgang mit Cannabis. Er möchte Vorurteile abbauen und auf die heilenden Eigenschaften der Pflanze aufmerksam machen.